Ich begrüsse euch auf meinem YouTube-Kanal. Hier wird erklärt und gebastelt rund um den Bereich Elektronik. Wir schauen uns die Grundlagen an, beschäftigen uns mit bekannten Bauteilen in Theorie und Praxis. Ich stelle euch die wichtigsten Laborgeräte vor. Aktuelle Mikrocontroller, wie z.B. der Arduino, gehören ebenfalls dazu. Ein kleines Roboterprojekt gibt uns die Möglichkeit Elektronik und Programmierung kennenzulernen. Auf meiner Webseite findet ihr zusätzliche Informationen zu den Videos. Wenn euch das Thema interessiert, abonniert den Kanal. So seid ihr immer informiert über die neuesten Videos. Bis zum nächsten Mal.